Herzlich Willkommen zurück bei ABERMAX, ich bin Alex und ich nehme euch heute mit ins Moxi Hamburg City. Viel Spaß dabei! Das Moxi Hamburg City befindet sich nahe der S-Bahn und U-Bahn Station Berliner Tor und damit auch in unmittelbarer Nähe zum Hamburger Hauptbahnhof. Eine Garage unterhalb des Hotels ist aber ebenfalls verfügbar. Die Rezeption ist relativ klein hier in der Lobby, dafür kommt es ja mit einer separaten Bar, mit einer Menge Sitzmöglichkeiten daher, einem kleinen Mini-Shop und natürlich dann auch den Fahrstühlen hinauf zu unserem Zimmer. Und da wären wir auch schon in unserem Standardzimmer angekommen, trotz des Merle von Roy Gold Status gibt es hier keine Arcades, das liegt aber auch daran, dass es nicht wirklich andere Zimmerkategorien gibt. Das Queen Size Bett ist relativ bequem, daneben findet ihr noch eine kleine Sitzgelegenheit. Gegenüber des Bettes findet ihr einen relativ großen Fernsehbildschirm, eine Art Arbeitsecke, die aber nicht wirklich angenehm war und natürlich auch die Garderobe. Die Kette Moxie von Marriott ist relativ basic und eigentlich ein ziemlicher Standard, etwas stylish, aber für den Preis eigentlich echt in Ordnung. Das Personal war wirklich nett und die Experience dann im Großen und Ganzen auch ganz angenehm. Nun kommen wir noch zum Badezimmer und damit war es das auch schon. Das Badezimmer hält keine großen Überraschungen bereit, ist aber mit den wichtigsten Dingen ausgestattet und daher auch vollkommen in Ordnung. Und damit vielen Dank fürs Zuschauen, wenn ihr mehr solcher Hotelvideos oder auch Airline-Videos sehen wollt, dann abonniert doch einfach den Kanal, lasst ein Like da und damit vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.